Wir begrüßen euch zur Surflot-Wochenschau Episode 11 und ihr glaubt nicht, was uns gerade passiert ist. Wir haben ungefähr eine Stunde Podcast gemacht. Die war schön, Leute. Die war sehr schön gelaufen. Leider habe ich nicht auf Aufnahme gedrückt. Ich glaube, es war auch das erste Mal, wo wir auch keine Swish-Takes hatten. Keine Hunde haben gebellt und keine Leute geklingelt. Wir wussten, was wir sagen wollten. Es war alles perfekt. Wirklich. Die letzte Stunde lief super. Wir haben jetzt schon alles gegeben, aber wir versuchen nochmal. Take zwei für euch. Also nicht enttäuscht sein, wenn wir zwischendurch ein bisschen schwächeln. Wir haben überlegt, ob wir jetzt erstmal Alkohol trinken, damit wir das schaffen. Dann haben wir es nicht getan. Wir wollen auch bei Laune bleiben und trotzdem euch eine schöne Podcast machen. Also wenn ihr nicht da wärt, würde ich es nicht nochmal machen. Das darf ich mal so. Okay. Na gut, also starten wir nochmal. Episode 11 und Kalenderwoche 22 und ein Hinweis von dem Entwickler von Metastats, was wir letzte Woche vorgestellt haben. Er hat die deutsche Übersetzung nachgeliefert. Also für euchjenigen, die jetzt euer Strom oder Verbrauch von Öl, Pellets, ich weiß nicht alles, auffassen wollen, zusammenfassen mit dem App. Jetzt ist es alles auf Deutsch verfügbar. Metastats im App Store. Mal nachschauen. Ja. Ja, dann haben wir eine Meldung von Apple, dass die das iPad Air erste Generation und das Thunderbolt Display als obsolet einstufen und das iPad fünfte Generation als Vintage. Und obsolet und Vintage bedeutet, also obsolet ist, wenn ein Gerät mindestens sieben Jahre nicht mehr verkauft wird. Und Vintage ist, wenn das Gerät seit mindestens fünf Jahren nicht mehr verkauft wird. Ja. Die Zeit rast und jetzt sind Sachen schon obsolet und Vintage und ach, 2017, 2018, 2016, das klingt gar nicht so lange. Gestern, ne? Gestern. Aber diese Dinge sind nun mal so und ja, wenn Sachen Vintage sind, hat man noch eine Chance auf die Reparatur, oder? Ja. Ja. Man hat auch bei obsolet theoretisch noch eine Chance, wenn Apple die Teile noch da hat, dann machen sie noch die Reparatur. Und wenn die Teile aus sind, gibt es halt keine neuen mehr. Also, falls ihr noch schauen wollt, welche euer Geräte noch so unterstützt werden in dem Sinne, dann könnt ihr die Liste anschauen, die jetzt auf dem Blogpost zu finden sind. Genau. Johannes hat das verlinkt, ja. Ja, dann kommen wir von alten iPads mal zu neuen iPhone-Geräten. Ja, du hast ja was ganz Spannendes. Genau. Ich habe von der Firma E-W-Noir. Xado. Ja, also die Marke heißt Xade und das Gerät heißt Xade Nano und ist ein Farbmessgerät, das man an das iPhone steckt. Vielleicht erzählst du ganz kurz, was ein Farbmessgerät ist und wofür man das gebrauen kann. Also ein Farbmessgerät ist, um einen bestimmten Farbcode zu ermitteln. Wenn ich jetzt ein Auto habe und muss da irgendwas ausbessern, dann möchte ich wissen, welche Farbe da benutzt wird. Ja. Und dann kann ich mit dem Gerät das messen und dann weiß ich, was das für einen Farbcode hat. Also das in diesem Xade Finder, das so heißt die App von der Firma, gibt es dann die Ausgabe in LARP oder RAL Classic und RAL Design und NCS. Es gibt aber dann natürlich kein CMYK und schon gar kein Pantone, das würde ganz viel Geld kosten. Ja, ich denke mal auch, das RAL kostet wahrscheinlich Geld, weil die wollen auch irgendwas im Jahr. Also das erste Jahr ist gratis dabei, wenn man das Gerät kauft für 130 Euro, kriegt man diese RAL-Geschichte mit. Wenn man das nicht weiterbucht, fällt das eben weg, dieser RAL-Fächer in dem Gerät. Und man hat noch die Ausgabe in sRGB, LARP und HEX-Code. Okay. Also man kriegte die Farben schon raus. Und du hast es ausprobiert und es hat doch richtig geklappt? Ja. Also ich habe es ausprobiert. Muss man vielleicht erklären, wie das Ding aufgebaut ist. Es ist so ein kleiner Zylinder, den man über eine von den iPhone-Objektiven steckt. So richtig physisch draufsteckt. Genau. Also da wird nichts geschraubt und auch keine Handy-Halterung, die man da irgendwie dran schneidet, sondern das ist so ein kleiner Zylinder und der hält, indem man ihn draufsteckt. Und die Farbmessung funktioniert dann durch ein kleines rundes Loch auf der Unterseite. Das legt man bündig auf die zu messende Fläche auf. Und die Kamera ermittelt dann, also macht ein Foto davon und schickt das dann in die Wolke zu der Firma. Und dann passiert irgendwie drei Sekunden eine Analyse und dann kriegt man die Ergebnisse zurück. Also das ist aber jetzt auch ein bisschen anders und auch besser als andere Farbmessgeräte, weil ich gehe von aus, dass die ja besser funktionieren, weil ich meine, dich hat es wirklich sehr interessiert. Und du hast immer einen guten Blick für Dinge, die gut funktionieren. Besonders dann, wann andere Dinge in dieser Form schon mal nicht so erfolgreich gewesen sind. Also muss man vielleicht erklären, was ist die Schwierigkeit bei der Farbmessung mit einem iPhone? Das ist, wenn ich jetzt rausgehe und mache ein Foto von irgendeiner Farbe, dann ändert sich diese Farbe, je nachdem, wie die Tageszeit ist oder wie das Licht drumherum ist. Wenn ich im Innenraum irgendwie Halogenlicht habe oder Neonlicht, ist das auch wieder komplett anders. Und dieser Xa de Nano hat eben seine eigenen LEDs eingebaut. Das heißt, dieser Zylinder schirmt das komplette Außenlicht ab. Und die Beleuchtung erfolgt mit vier darin verbauten LEDs. Gespeist werden die halt durch den Lightning-Anschluss vom iPhone. Und dadurch ist das Bild, was gemacht wird, schon mal so immer unter den gleichen Lichtverhältnissen. Und dann haben sie in der Innenseite von dieser Abdeckung auf der Unterseite noch einige Farbpunkte. Das ist wie so eine Mini-Farbkarte, mit der die Software dann kalibrieren kann. Ah, okay. Und dann, wann es jetzt diese Kalibration hat und auch diese eigene Lichtquelle, dann ist wirklich akkurat. Deshalb ist das Ergebnis sehr genau, ja. Also in dem Blogbeitrag sind die technischen Daten genannt. Ich bin jetzt kein Fachmann für Farbmessungen oder so. Was ich jetzt ausprobiert habe und was ich anhand von der Technik gesehen habe, sieht das schon alles sehr gut aus. Ja. Und es hat noch zwei andere Funktionen. Man kann es auch als Mikroskop nehmen. Okay. Indem man diese Farbkarte unten rausmacht, hat man eine größere Öffnung. Dann kann man dadurch, dass die App die Aufnahme macht, mit einem festen Fokus. Also es ist nicht irgendwas, was ständig so oft, wenn man ein Foto machen will, von irgendwas auf nah. Der ist ja ständig am Einstellen. Genau. Der weiß immer nicht, was er scharfstellen soll. Dann, wenn man das normal macht, mit einem iPhone. Gibt es nicht immer so viel Mühe, aber es klappt nicht immer so. Oder er wechselt dann mal eben die Objektive, weil wenn man zu nah rangeht, dann wird das Licht schlechter und dann will er ein anderes Objektiv nehmen. Also ganz grausam. Ja. Und mit der App hat man immer das gleiche Objektiv und immer gute Beleuchtung durch diese LEDs und man hat einen festen Fokus. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Fliege fotografieren will, dann vorzugsweise eine tote Fliege, weil die anderen fliegen immer weg. Kann man einfach ein bisschen näher an die rangehen, bis es scharf ist und dann macht man das Foto. Das funktioniert auch recht gut. Super. Und die andere Funktion ist, man kann den Röstgrad von Kaffeebohnen bestimmen. Also das ist sehr überraschend, aber ich finde, es gibt durchaus eine Demografie, eine Interessengruppe, die sich dafür brennend interessieren würde, jetzt die Kaffee-Röstungsgrad kosten zu können. Ja, ich denke, so Kaffee-Nerds, die sich selbst die Kaffees rösten, die könnten damit dann ein paar Kaffeebohnen mahlen und die dann in so einem Behälter und dann wird das Gerät draufgestülpt. Und man installiert dann noch die Xa de Roast. Wie heißt Rösten auf Englisch? Roasting. Roast App. Genau, das ist eine eigene App, die man dann installiert. Es gibt eine eigene App extra für das Roasting. Das ist ja crazy. Die haben sich aber echt ins Zeugs gelegt. Ja, keine halben Sachen, glaube ich. Sehr gut. Und du hast das nicht getestet? Nee, das habe ich nicht ausprobiert, weil ich bin mehr so der Kaffeetrinker und wir haben jetzt auch nicht fünf verschiedene Kaffee-Röstsorten da, sodass man da irgendwie Unterschiede feststellen könnte. Ich könnte höchstens mal hier zu Brian laufen, der ja hobbymäßig oder semi-hobby, semi-professionell Kaffee röstet. Ja, das wäre was für ihn. Ja. Ja, also ich bin jetzt auch sehr interessiert daran, dass du dieses Farbmessgerät mal ausprobierst. Du weißt, ich habe vor der Tür mein Oldtimer-Wohnmobil stehen und sie hat einen ganz bestimmten Farbton. Schönen braunen Ton. Ja, so Rehbraun heißt das. Ich glaube 901. Rahl, 901. 901. Und, aber die ist natürlich verblasst nach all den Jahren und ich habe jetzt neue Farbe gekauft, weil ich ja eine neue Stelle repariert habe. Also ich nicht alleine, aber es ist eine neue Stelle, die muss ja auch nochmal lackiert werden. Aber ich fürchte, das wird komisch aussehen, wenn ich diese Originalfarbe nehme und die aber passt dann nicht zum Rest vom Auto. Vielleicht kannst du mal gucken, ob das vielleicht eine bessere Farbe gibt. Das kann natürlich sein, dass er da nicht den richtigen Rahlton findet, weil der ja nach 40 Jahren nicht mehr so ganz der gleiche ist wie am Anfang. Naja, aber er könnte ja eine bessere, die jetzt passt zu den Gegebenheiten. Genau, wenn man was misst, dann wirft er nicht nur ein Ergebnis raus, sondern er zeigt dir gleich noch ein zweites Ergebnis und wenn man dann auf so ein paar Punkte klickt, dann kriegt man eine ganze Palette von möglichen Farben ausgeworfen. Also ich weiß, welche Farbe er haben sollte, aber es würde ja gut zu wissen, welche er aktuell wirklich hat. Könnte man mal testen, ja. Ja, können wir mal testen. Hätte ich jetzt natürlich vor dem Podcast mal machen können. Wir schaffen nur so viel, wir schaffen. Ja, gut. Also das Gerät kostet 130 Euro, findet man auch bei Amazon. 130 Euro, das klingt nach viel. Also ich denke mal, in der Entwicklung steckt viel Geld und wenn man jetzt mal schaut, was so ein richtiges Farbmessgerät, also so ein Standalone-Farbmessgerät kostet, dann sind das ein paar Hunderter mehr. Steht das in Relation? Also es gab noch irgendwie ein anderes Gerät, was auch mit dem iPhone zusammen so eine Farbmessung macht und das war schon bei über 200, 200, 300 Euro. Ja, okay. Also von daher ist der Preis, glaube ich, ziemlich in Ordnung. Okay, cool. Ja. Ja, es gibt aber auch noch mehr Scams. Beispielsweise im nächsten Beitrag geht es ja eher darum, das ist die nächste Runde von einem Scam, die wir schon mal berichtet haben. Das Bundesfinanzministerium war ja letzte Woche schon mal Teil der Berichterstattung. Ja, diese E-Mails, wo es ganz, ganz, ganz tolle Angebote, wo man noch investieren könnte mit ganz hohen Devisen und … Genau, sie haben, also die Mail sieht aus, als würde sie vom Bundesfinanzministerium kommen und sie laden einen dazu ein, beim Pilotprojekt digitaler Euro mitzumachen und man kann Einlagen bis eine Million Euro überweisen und dann kriegt man 29 Prozent Förderung. Also alleine an dieser Stelle müsste man wissen, dass das nicht stimmen kann. Bundesfinanzamt, 29 Prozent, eher nicht. Aber egal, ich glaube, es gibt ja jetzt keine Kontonummer oder so. Die Betrugsmasche läuft so, dass man einem Formular seine privaten Daten eingeben soll und dann eine Software runterlädt. Ja, do not do this. Nee, mach nicht. Also Johannes hat sich ins Abenteuer gestürzt und hat mal diese privaten Daten, natürlich nicht seine, aber er hat sich da mal geguckt, was da passiert. Ja, schon wieder mal einen sicher abgeopfert. Ja. In Sicherheit. Don't write this at home. Yes. Und hat halt gesehen, dass man da Daten eintippt und eine Software laden soll, die mit Sicherheit irgendwas Böses auf den Computer anstellt, also nicht laden. Und für die, die letzte Woche nicht mitgehört haben oder allgemein, wird immer wieder bei diese Scam-Meldungen nochmal aufgezeichnet, woran erkennt man einen Scam-Phishing-Mail und worauf man achten kann und wo man so aufpassen soll. Ja, das haben wir im Blogbeitrag. Also in dem Beitrag ist auch schon auf diese spezielle Mail vom Bundesfinanzministerium eingegangen, woran man erkennt, dass es Scam ist. Aber wir haben noch so einen allgemeinen Beitrag, wo man verschiedene Punkte kriegt, die man immer mal in solchen Mails angucken sollte, bevor man irgendwas macht. Es wird immer schwieriger, die Sachen zu erkennen, deshalb muss man klug vorgehen. Der übrigens dieser iCloud-Speicher-Knapp-Mail, die gerade rumgeht, der Beitrag ist einer der am häufigsten aufgerufenen im Blog. Also das wundert mich nicht, weil ich habe auch vor zwei Tagen hat mein Chef mich auch eine Mail weitergeleitet und gefragt, ob er hier was machen müsste. Und es war exakt diese Mail, über die wir berichtet haben. Und ich konnte mit sehr großer Selbstsicherheit sagen, nein, 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 nicht anfassen, nichts angeben, nichts buchen. Wenn du möchtest, kann ich deinen Speicherplatz für dein iCloud-Speicherlevel gucken, ob alles noch, ob du noch dringend Handlungsbedarf ist. Aber ich gehe von aus, dass das einfach was anderes ist. Und da war ich ja, no, da war ich dann in the no, ich wusste Bescheid. Ich scheine gerade zu kursieren, diese Mails, ja. Also ich habe bis jetzt immer noch keine gekriegt. Ich auch nicht. Obwohl ich sonst jeden Quatsch kriege, aber iCloud-Speicher. Wahrscheinlich, weil ich das große Paket gebucht habe. Ja, wir haben aber jetzt was Erfreulicheres. Es gibt nämlich Geburtstag. Ja, es gibt einen Kuchen mit fünf Kerzen für den Soapflot, also für die Soapflot-App. Yes. Die nämlich fünf Jahre alt geworden ist. Also ich habe das Gefühl, du bist sehr fleißig, weil letztes Jahr gab es schon zehn Jahre Soapflot und auch fünf Jahre Wochenschau. Und jetzt haben wir dieses Jahr fünf Jahre Soapflot-App. Das ist toll. Ich bin ja froh, dass Johannes das alles im Blick hat. Ja. Weil ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass die App fünf Jahre gibt. Es ist auch scheiße lange her. Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, wie der App in der Mache war. Und das scheint mir gleichermaßen lange her zu sein, als auch, es ist ganz schnell gegangen. Ja. Es ist witzig, wie die Zeit sich so anfühlt, aber beides zugleich. Ein Tipp an der Stelle vielleicht noch, wenn man herausfinden will, wie lange eine Webseite schon existiert, weil das mache ich manchmal, dann kann man das Internetarchiv aufrufen, archivarchive.org. Okay. Und da tippt man dann die Domain ein oder ja, die komplette Uhr von der Startseite und dann kriegt man angezeigt, seit wann da irgendwelche Aktivitäten drauf sind. Also seit wann da Seiten im Archiv abgespeichert wurden. Also ich, ja, ich weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben. Und da war Soapflot noch nicht so nur ein, zwei Jahre alt. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, ach, was ein kleines, nettes Projektchen. Ja. Und es ist aber so gewachsen und so toll geworden und es hat sogar eine eigene App. Ja. Ich bin stolz auf dich. Das ist, das ist der Punkt, wenn man eine eigene App hat, ne, dann… Da ist man angekommen. …hat man es geschafft. Ja. Ja. Wir wollen jetzt noch ein bisschen anschauen im nächsten Beitrag. Es steht ja, immer biebern wir und wir kommen immer näher an die Worldwide Developers Conference. Die startet nächste Woche am Montag. Und das wird ein großes Thema für uns sein, denke ich mir. Und im nächsten Beitrag ginge es darum, die drei Gewinner der Swift Student Challenge vorzustellen. Und vielleicht erzählst du mal, was die Student Challenge ist und dann können wir mal die drei Gewinner kurz vorstellen. Also die Swift Student Challenge ist für Studenten und Schüler. Und als Vorgabe gibt es, glaube ich, nur, dass man die Swift Playgrounds App benutzt. Also es ist so eine App für Programmieranfänger, die auch so Tutorials bietet und so. Also ich habe das mal am iPad gestartet. Das ist wirklich nett gemacht. Also man steuert auf so einer virtuellen Welt, keine Ahnung, es hat so 20x20 Kästchen. Und du sollst dann irgendein Männchen oder so irgendwo hinsteuern mit Befehlen. Ah, verstehe. Also es fängt ganz einfach an, dass man halt irgendwie links, links, rechts, links, links, links sagt. Und dann läuft das da rum und macht was. Und irgendwie trägt man immer mehr Aufgaben und lernt so die Programmierung und dann Schleifen und IF-Abfragen und solche Geschichten. Und das ist diese Swift Playgrounds, mit denen auch die Student Challenge läuft. Okay. Ja. Und das sind drei Gewinner, die vorgestellt werden. Und Sie haben ja in diesen Swift Playgrounds tolle Dinge gemacht. Und vor allen Dingen Dinge, die so wirklich zeigen, dass die jungen Leute Ideen haben und dass das wirklich belohnt wird von Apple. Das finde ich richtig schön. Also die erste Gewinnerin, die da genannt war, war die Asmi Jain aus Indoor in Indien. Und die hat eine App zum Augentraining gemacht. Und der Hintergrund finde ich nicht lustig, aber interessant. Ihr Onkel, der Onkel von ihrem Freund hat nach einer OP mit einer Augenfehlstellung zu kämpfen gehabt. Und bei solchen Problemen nach einer OP ist das Training von den Augenmuskeln wichtig. Und dann hat sie eine App gemacht, mit der die Augenbewegungen getrackt werden und man eine Aufgabe bekommt, die Augen in einer bestimmten Richtung zu bewegen. Und dadurch werden die Augenmuskeln dann trainiert und die Fehlstellung wird besser und geht dann irgendwann weg. Super. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die davon profitieren. Ich hätte auch gerne davon profitiert. Ich habe zwar keine Augenfehlstellung, soweit ich weiß, aber ich hätte es gerne ausprobiert. Augen trainieren, immer gut. Und wie man Sachen Augen trackt und bewegt. Ja. Der zweite Gewinner ist ein 21-jähriger Yemi Agassin. Der ist aus Kennesaw State University in Georgia, USA. Nicht Georgien, die wir kennen, sondern State in Amerika. Und er hat eine Swift Playground entwickelt, der Ein-Personen-Baseball ist. Also ich kann mir noch nicht ganz so viel darunter vorstellen, aber scheinbar ist es super fantasievoll und richtig interessant. Und wir sind gespannt. Ja. First-Person-Baseball-Spiel war da genannt. Also man sieht wahrscheinlich seine zwei Arme aus der Sicht vom Spieler, so wie beim Ego-Shooter. Also gar nicht ein Person, sondern aus der ersten Person gesehen. Okay, ich habe es falsch verstanden. So habe ich es verstanden. Aber wie gesagt, das sind überhaupt keine Videos und keine Screenshots. Ja, wir können noch nicht wissen. Man kann da nicht genau sagen, wie das aussieht. Ja, die dritte Gewinnerin, da musst du jetzt leider den Namen sagen, weil wie wir eben in unserem vorherigen, in unserem ersten Podcast festgestellt haben, habe ich mir den falsch notiert. Sie heißt Marta Michelle Caliendo. Ja, und sie kommt aus Neapel, Italien und sie hat ein Dinosaurier-Fossilien-Memorie programmiert. Okay. Also Memory, wie man das so kennt wahrscheinlich, so mit zwei Karten mit dem gleichen Finden und will damit auf Naturschutz und Artensterben hinweisen. Super. Sie macht andere Projekte auch, ne? Ja, sie ist an der Universität irgendwie auch tätig und macht da eine App, um Nester von Meeresschildkröten an der italienischen Küste zu überwachen. Also auch wirklich wichtige Sachen. Klingt gut, ja. Ja. Kommen wir zu einer anderen App. Ja. Mit vielen Apps. Ja. Das ist unser, eine von unserer Lieblings-App. Lieblings-App ist das Set-App. Set-App. Das Set-App-Abo hat mittlerweile 240 und mehr Apps und sie haben ein neues Tarifmodell eingeführt, wobei jetzt nicht nur Einzelpersonen sich was buchen können. Also vorher war es so, wenn ich jetzt, ich habe mir ein Set-App-Abo gebucht und wollte dann irgendwie noch, keine Ahnung, Frau und Kinder mit reinkriegen. Da musste ich für jede Person fast nochmal den gleichen Betrag bezahlen wie für mich. Aber die haben jetzt so ein Familien-Abo ins Leben gerufen, bei dem man nur 20 Euro im Monat statt 37 Euro im Monat zahlt. Ja, also ich finde, wir stellen relativ viele Apps vor von Set-App und der Grund ist, weil die gut sind. Die sind qualitativ hochwertige Apps, die sind immer tolle Lösungen, teilweise für Probleme, die man nicht wusste, dass man hatte. Wenn man da reinschaut, dann sieht man, was es alles so gibt. Ich benutze ein oder zwei Apps aus der Set-App-Abo, aber dafür benutze ich sie halt wirklich gerne. Und jetzt ist es natürlich super, wenn du ein Haushalt hast mit mehreren Personen, also am lohnendsten ist es wahrscheinlich ab drei oder ab drei Personen lohnt sich dann dieser Abo. Aber auf jeden Fall bis zu vier Personen für 20 Euro im Monat und so viele Apps, wie man gebrauchen kann, ist doch so ein toller Deal. Ja, finde ich auch. Also ich finde auch die Apps da wirklich alle gut. Das sind teilweise Apps, die kosten an sich, wenn man es alleine bucht, schon irgendwie 80 Euro im Jahr. Und ja, also das heißt, wenn man zwei von den Apps irgendwie braucht, dann kann man das eigentlich schon bequem über Set-App buchen. Ja, also ich benutze das eigentlich immer noch viel zu wenig. Also ich musste nochmal da rein schnuppern. Ich bin sehr. Also ich nutze das immer, wenn ich, ich habe irgendein Problem, sage ich mal, letztens musste ich irgendwie ein Diagramm erstellen und habe natürlich keine Lust mit Illustrator oder irgendwas rumzubasteln. Habe ich einfach mal in dem Set-App in der App von denen geguckt nach Diagramm und dann wirft er dir gleich aus, Diagrams. Das ist so eine App, wo auch übrigens der Entwickler von Metastats mitgemacht hat. Ah, okay. Und ja, dann installiert man sich das mit einem Klick. Du bist hundig einfach. Ja, du kriegst schnell was. Also das ist auch total einfach zu benutzen. Also das ist tatsächlich kein gesponsertes Post, oder? Nein, nein. Wir haben, wir finden das einfach gut. Ja, also das Installieren ist easy. Man klickt halt in dieser Set-App ab auf Installieren und dann lädt er das runter und installiert es. Und wenn was loswerden will, drückt man auf Deinstallieren und ist auch wieder weg. Also das ist auch super einfach zu benutzen. Also für diejenigen, die Interesse haben, jetzt ist die Zeit zuzuschlagen. Jetzt ist ein guter Preis. Ja. Also was sich manchmal noch lohnt, ist zu warten auf diesen, wie heißen die, Cyber Monday, Black Friday. Da haben die manchmal solche Gutscheincodes. Das habe ich jetzt gemacht. Ja. Da kann man Monate, also sich Gutscheincodes quasi kaufen und die löst man dann alle ein. Und dann hat man irgendwie ein komplettes Jahr oder so. Reduzierte. Ziemlich günstig. Ah ja. Also ich zahle aktuell, glaube ich, 2,49 Euro. Ehrlich? Ich habe ganz viele Gutscheincodes mitgebracht. Haha, das musst du mal näher erläutern. Ja, am besten, wenn es wieder so weit ist mit den Gutscheincodes. Genau. Ja, dann haben wir noch eine andere App-Empfehlung, eine Mac-App, wobei eher ein Plug-in namens Goyo, der Ralf empfohlen, der uns auch hier bei der Podcast-Aufnahme geholfen hat, mit der Empfehlung, Decken hinter uns aufzuhängen. Also das werden wir jetzt gleich besprechen. Mit dieser Empfehlung. Wir müssen erst mal was richtig stellen, ne? Ja, da habe ich was richtig zu stellen. Aber vielleicht sollen wir erst mal erklären, was Goyo macht und wofür es gut ist. Und dann stelle ich das mal richtig. Also Goyo ist eine App, die man in GarageBand, Cubase, Audition oder App-It-Live oder so installieren kann. Auch in Hindenburg übrigens, was wir jetzt für den Podcast benutzen. Ja, was ich auch wissen würde, wann ich immer, wann ich das geschafft hätte. Wenn du mal geschnitten hättest, ne? Wurde ja letztens so groß angekündigt. Ja, das angekündigt und auch den Updates endlich zu machen. Beides nicht geschafft. Nicht geschafft. Jetzt kennen mich alle. Ist deine Persönlichkeit bekannt. Naja, also auf jeden Fall installiert man das in diesen Audio-Tools und dann hat man so ein Interface mit drei Reglern und ein Regler kann die Hintergrundgeräusche ausblenden. Oh, Hintergrundgeräusche wie Hunde, die rumlaufen, Hunde, die husten. So ein Bohrer, Lüfter, Rascheln an Mikrochabeln. So allelei nervige Hintergrundgeräusche, die man nicht gebrauchen kann beim Podcast. Hunde, Getrappel, alles, filtert das raus. Der mittlere Regler ist um die Stimme, die kann man natürlich auch rausblenden, macht aber jetzt wenig Sinn, wenn ich ja Podcast aufnehme. Das heißt, die will ich in der Regel eher ein bisschen hochdrehen, damit die lauter wird. Und der rechte Regler ist, um Hall wegzuregeln. Ja, also das sind alles Probleme, die wir in unserem Podcast hatten und teilweise noch haben. Und das sind Dinge, wo man immer eine Lösung für sucht. Und ich meine, wir haben uns zum Glück beraten lassen können, von deinen alten Bekannten. Und er hat uns ja wie angekündigt, was ich jetzt richtig stelle, dass wir Decken aufhängen. Jetzt möchte ich gerne dazu sagen, dass hier hängen keine Bettdecken und es klang ganz furchtbar. Das sind ganz wunderschöne, hochwertige Ikea-Samtvorhänge, die wir benutzen im Hintergrund. Und es hat wahnsinnig viel geholfen, alleine das aufzubauen. Ikea-Haltschutzvorhänge, professionelle. Ist wirklich wahr. Ja, also hat wirklich bei dem Hall extrem geholfen. Sodass wir das Problem ein bisschen besser im Griff hatten. Hintergrundgeräusche haben wir nicht so richtig im Griff. Ja, bislang war es immer ein bisschen schwierig. Also hat immer ein bisschen weh beim Abhören. Bisschen russisches Roulette, ob die Hunde jetzt gleich hochspringen oder ob irgendwie jemand klingelt, um die Uhrzeit klingelt. Zum Glück niemand mehr, aber... Ja, und manchmal merken sie, dass wir einfach aufnehmen und dann haben die Bock, uns zu stören. Das kennt man von Katzen, ne? Wenn man irgendwann am Computer sitzt und muss gerade irgendwas dringendes tippen, dann zack, liegt die Katze auf der Tastatur. Ja, meine schmeißt immer meinen Airpods runter. Aber jedenfalls, jetzt ist die Lösung da. Genau, das Plugin Goyo kann man kostenlos runterladen. Ist aktuell noch in der Beta-Fassung. Ja. Funktioniert mit AI und die Ergebnisse sind super gut. Ja, also die anderen Sachen, die wir ausprobiert haben, waren nicht so gut wie das. Also Adobe Enhanced Speech ist auch noch so eine kleine Empfehlung, die ich am Anfang benutzt habe. Das ist von Adobe so ein Online-Service. Der hat so seine Probleme gehabt. Ja, man lädt sein Audio-File hoch und man hat null Einstellungsmöglichkeiten. Irgendwie nach zehn Minuten kommt irgendwas zurückgefallen. So ausgespuckt. Und damit musst du dann glücklich sein oder es lassen. Ja. Und das hat extrem, also das hat wirklich alles Mögliche weggefiltert. Aber danach klang die Auflahme auch total tot irgendwie. Also die Stimme war noch da und auch ein bisschen verbessert, aber er hat extremprobleme mit so zwei Leute reden gleichzeitig. Und da wir uns immer ins Wort fallen, war das ganz blöd. Da kamen immer Verzerrungen, die mir in den Ohren wehgetan haben. Ja, die waren komisch. Also ihr habt die sicher auch gehört. Das ist jetzt, ja deswegen haben wir die letzten Podcasts, glaube ich, das weggelassen. Ja, die letzten Podcasts habe ich das weggelassen und habe dann mit Aufphonic, das ist eigentlich auch eine gute Empfehlung, und da hat man mehr Einstellungsmöglichkeiten und die filtern auch so normale Geräusche raus, sage ich mal, von irgendwelchen Lüftergeräuschen oder so. Das kriegen die problemlos weg. Ja. HAL waren sie leider nicht so erfolgreich. Und was sie aber immer noch sehr gut hinkriegen, ist das Leveling von zwei Sprechern. Das heißt, wenn Lynn jetzt immer sehr laut spricht und ich sehr leise, dann schickt man das Audio-File da hoch und der macht dann den einen Sprecher ein bisschen leiser oder lauter. Dynamischer. Ja, klingt auf jeden Fall viel besser danach. Okay. Und ich denke, wir machen das jetzt so, dass wir erst das durch Goyo laufen lassen und die Hintergrundgeräusche vielleicht und den Hall noch ein bisschen weggehen. Und dann schicke ich es nochmal durch auf Aufphonic, damit die zwei Stimmen gleich laut sind. Also nur, dass ihr aber für heute wisst, wenn ihr keine Hunde hört, ist es frei, die gerade schlafen. Ja, die sind total im Eimer. Und die Uhrzeit, also jetzt, was haben wir? Oh, das ist… 22.26 Uhr. Da ist mit den Hunden nicht mehr viel los. Ja. Also, falls ihr aber noch wirklich noch mehr Details und Informationen haben wollt, da ist ein ganz ausführlich ein Artikel drüber auf der Webseite. Das könnt ihr dann gucken. Und da sind auch ein bisschen auch die direkteren Vergleich zwischen die Goyo, Aufphonic und Adobe Enhanced Speech-Möglichkeiten. Da kann man wirklich ein bisschen mehr darüber wissen und auch die Oberfläche sehen, falls es für euch wirklich interessant ist. Gibt Screenshots, genau. Genau, es gibt auch ein kleines Video verlinkt. Ja, das ist nicht von mir, aber war auch interessant. Deshalb habe ich das da reingebaut. Ja. Ja, dann haben wir eine Meldung, dass Apple ab Montag die 2022er Modelle für Trade-In akzeptiert. Ja, du kannst es eintreten, weil es ist ja voll out, voll old mit 22. Das ist ein Jahres-iMac oder ein Jahres-Mac oder Jahres-Was auch immer du hast. Das ist viel zu alt. Viel zu alt. Muss man sofort neu kaufen. Ja, ich meine, die haben sich ein bisschen ins Knie geschossen mit den Apple-Silicon-Prozessoren, weil ich brauche leider kein neues MacBook. Es ist so schnell. Ich habe extra nachgeguckt, weil wir haben letztens gerätselt, was ich für eins habe und ich habe einen M1 Max. Okay. Und ja, ich wüsste nicht, wofür es, also immer wenn ich den Podcast exportiere, zum Beispiel so eineinhalb Stunden Audio, zack, drei Sekunden, fertig. Ich habe auch einen M1 Max und ich bin auch sehr zufrieden. Ja, also für die Leute, die aber ihren 2022er M2 MacBook Pro und so loswerden wollen, die können das jetzt als Trade-In bei Apple einreichen, kriegen dann den niedrigsten Marktpreis, der möglich ist. Sie können das, aber sie sollen es vielleicht nicht. Also ich weiß nicht, wer das wirklich macht. Wahrscheinlich nur Firmen, denen das egal ist, ob sie jetzt irgendwie 300 Euro mehr oder weniger kriegen. Ja, wenn Geld keine Rolle spielt, dann kannst du das machen als Trade-In. Aber ansonsten empfehlen wir die Plattform. Wir kaufen es, Rebuy, MySwoop oder Handyverkauf. Ja, das ist alles immer gut, hat immer gut geklappt. Also ein Bekanter von mir hat die mal alle ausprobiert und sein MacBook, also in den Formularen kann man immer sein MacBook beschreiben. Und dann machen die einmal ein Angebot und das höchste Angebot hatte damals wirkaufens.de gemacht und da hat das auch hingeschickt und hat auch den Preis bekommen. Weil so ein beliebter Trick von den Anbietern ist ja auch, du machst einen tollen Preis und dann schickst du es hin und dann sagen so, ja, wir bieten da irgendwie auf einmal 200 Euro weniger. Zu viele Kratzer irgendwo. Du könntest die jetzt zurückschicken oder du nimmst halt den Preis an, aber die haben nichts am Preis geändert und waren auch die mit dem besten Preis. Na, das ist doch super, gut zu wissen. Also ihr könnt es, wann ihr wollt, ab Montag. Macht es nicht. Aber macht es nicht. Mach was, schick es woanders hin. Ja, zu mir. Na, wir wollen auch vielleicht, also beispielsweise im nächsten Beitrag ginge es darum, die Apple Design Awards für 3023. Ich bin so müde, weil man so lange schon am Podcasten ist. Ich bin müde. Du hast ja jetzt eine Stunde lang geübt, Lin. Ich habe, genau, eigentlich muss ich jetzt optimal sein. Für 2023 ist, es gibt 32 Finalisten für den Apple Design Awards, was die Apps angeht. Und ich finde es ein bisschen schade, also das sind wirklich tolle Apps dabei. Alle kenne ich nicht und einige würde ich gerne kennenlernen. Und als ich hier so, ich habe sie so durchgelesen, ein paar habe ich hier angeklickt und überlegt, ob ich die so runterlade und mal ausprobiere. Die Zeit ist dafür ein bisschen zu kurz und vor allen Dingen euch, die vorzustellen, ist auch ein bisschen zu lange. Wir haben hier überlegt, in nächster Zeit kommen auch ganz viele andere Sachen, was auch mit dem WWDC23. Und ich denke, Jens, was hältst du davon, wenn wir jetzt uns vielleicht mal ein paar von diesen Apps wirklich mal ausprobieren und vorstellen, die wir wirklich toll finden. Dann so eine eigene, einen eigenen kleinen Podcast-Folge machen, wo wir mal so drei bis fünf Apps vorstellen. Ja, die wir selber so ausprobiert haben und die wir wirklich als empfehlungsreicht, empfehlungshaft, wie heißt das? Empfehlenswert. Empfehlenswert. Ja, weil, also Johannes hat ja einen super Beitrag gemacht und hat tatsächlich diese 32 Finalisten-Apps einzeln kurz, zwar, aber er hat die alle einzeln vorgestellt. Könnt ihr auf jeden Fall schon mal vorgucken. Das ist wirklich sehenswert, der Artikel. Ja. Aber wir machen es vielleicht im Podcast ein bisschen anders. Weil es macht jetzt keinen Sinn, hier irgendwelche 32 Apps kurz vorzulesen. Ja. Sondern dann machen wir lieber was. Die sind ja unterteilt in verschiedene Bereiche und ich denke, wir suchen mal was aus aus den verschiedenen Bereichen und was uns persönlich so spricht. Machen wir so? Bin ich dabei. Ja. Gut. Gut. Dann sind wir jetzt schon bei den Nachrichten. Ja. Jetzt kommen wir quasi zu dem Wochenschau-Beitrag, der einmal die Woche die wichtigsten News versammelt. Ja, ja. Und wir fangen ja gleich an, als erstes um die topleveldomain.zip. Da gab es eine Meldung, dass die Domainendung .zip jetzt verfügbar ist. Ja. Also wer… Ungleich. Wer topleveldomains nicht kennt, das ist quasi die letzte Endung nach der Domain. .com, .de, .info, .org. .hamburg, .bayern, .hessen, .linn, .jens. Gibt es da jetzt .zip und die Leute denken, das kann man vielleicht für Betrug nutzen, indem man dann mit der Domain den Leuten vorgaukelt, sie würden jetzt ein .zip-Archiv runterladen, was dann aber kein .zip-Archiv ist. Ja. Aber da denke ich mir, wenn es kein .zip-Archiv ist, kann es ja nur eine Webseite sein, weil sonst würde es ja nicht mit .zip hinten entern. Wo ist das Problem? Nicht alle Leute merken, dass das eine Link nicht, was zum Download ist, vielleicht. Vielleicht sind da unter uns, die sehen .zip und die denken automatisch, wann .zip da ist, muss ich da draufklicken. Das ist aber schon mal eine komische Einstellung. Naja, die haben wir beide nicht, aber auf jeden Fall ist es schon wieder einfach eine kleine Information. immer aufpassen und ich würde mir wünschen, die würden weniger solche Sachen haben im Allgemeinen, dass da weniger böse Menschen unterwegs wären im Internet. Es wird ja ganz schön langweilig, wenn wir immer nur von den Betrugsfällen in dem Podcast berichten müssen. Also Leute, hört auf damit, damit wir nicht darüber berichten müssen, weil das wird langweilig werden für alle Beteiligten. Also leider hören bei uns gar keine Betrüger zu, weil… Das weißt du nicht. Das sind alles nette Leute. Ja, das stimmt auch wieder. Ich nehme alles zurück. Also nur… Sagt bitte die bösen Menschen Bescheid, falls ihr die seht. Kleiner Einschub vielleicht, der Arash von sadagen.com, das ist diese Meck-Reparaturwerkstatt, die ich immer mal empfehle, wenn Leute alte kaputte Mecks haben. Der hat mal bei mir angerufen und hat gesagt, Jens, die Sir Apfel-Lot-Leser, also die Kunden, die ich darüber empfehle, sind die nettesten Kunden, die er je hatte. Siehst du, siehst du. Also, kleines Lob an euch. Ihr seid toll. Aber das wussten wir schon. Ja. Aber jetzt ist offiziell bestätig. Wir haben es auch von Dritten gehört. Ja. Gut. Jetzt gibt es was ganz Trockenes. Ja. Also wir sind von langweilig ins Trockene gegangen. Ich lese mal die Überschrift vor. Abschlussbericht zur Sektoruntersuchung Online-Werbung vom Bundeskartellamt. Ja. Seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Gleich nicht mehr. Also dafür kann Johannes nicht. Er hatte mit ganz schwierigen Materialien umzugehen. Also das war auch ein Bericht, was nicht so super spannend war. Und er hat wirklich versucht, das Beste draus zu machen. Ja. Also es ist ein Thema, ich habe bereits festgestellt, dass es mich schon ein bisschen aufregt, weil ich denke, das Bundeskartellamt sollte sich um ganz andere Dinge kümmern. Ich meine, eine Sektoruntersuchung über Online-Werbung kann man machen, weil man nicht zum Beispiel ja, Tankpreise für 1,80 Euro, wenn die allgemeinen Ölpreise sinken. Ja, da würde ich als Kartellamt mal ein bisschen eher hingucken. Ja. Das ist wahrscheinlich zu heißes Thema. Zu heißes Thema, zu realitätsnah. Da wollen Sie die Finger nicht verbrennen, lieber einfach mal so seinen Kurs gehen lassen. Jedenfalls, ich erkläre ganz kurz, um was es geht. Es ist gar nicht so ergebnisreich, der Abschlussbericht. Es geht um Sektoruntersuchung. Das heißt, die haben untersucht, welche Werbung von großen Technikrisen wie Apple und Amazon, Alphabet, wie sie Werbung machen. Und dann haben sie das ausgewertet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die ein bisschen Schlimmes und ein bisschen Gutes machen. Wer hätte es gedacht? Ja. Es war absolut nicht zu gebrauchen, die Intuat. Ich fand die Formulierung gut. Da stand was. Ist weder wohlfahrtssteigernd noch verbraucherfeindlich oder datenschutzfeindlich. Dann habe ich geguckt, was soll denn wohlfahrtssteigernd sein? Habe ich mal bei Google geguckt. Es gibt überhaupt nicht das Wort. Also Bundeskartellamt kann auch sich Worte ausdenken. Ja, ich glaube, das Bundeskartellamt ist, will irgendwie, kennst du, da war immer in jeder Klasse ein Mädchen, was allen gefallen wollte oder ein Kind, was immer das nette Kind sein wollte. Ja. Und ich denke, das ist das Bundeskartellamt. Ich hätte gerne ein Bundeskartellamt mit ein bisschen Zähne, aber gut, haben wir nicht. Haben wir eine, der sagt, oh, die sind nicht gut und die sind nicht schlecht. Nichts zu sehen hier, tschüss. Also ich hätte bis jetzt immer Angst gehabt, wenn das Bundeskartellamt mich untersucht hätte, aber nach der Meldung. Scheinbar ist das kein Problem. Das ist auch so wischiwaschi, da ist überhaupt nichts bei rausgekommen bei dem Bericht. Ja. Aber wie gesagt, also falls ihr aber uns nicht glaubt und das mit eigenen Augen erfahren wollt oder wie du vorhin gesagt hast, falls man eine gute Einschlafgeschichte braucht. Kann man sich die 65-Seiten-PDF mal in Siri werfen und sich vorlesen lassen. Danke, Johannes, dass du das über dich ergehen lassen hast. Ja. Gut, jetzt auch. Das nächste Thema finde ich schon wesentlich spannender. Naja, ist es aber auch ein bisschen traurig. Ein bisschen traurig, ja. Also es ging darum, dass verschiedene Fälle von Implantaten, also in dem Fall Hirn-Neuro- und Hirnimplantate, bei Studienteilnehmern verbaut wurden. Schon vor zehn Jahren oder so ist das passiert. Und die Firmen, die das gemacht haben, also die diese Implantate hergestellt haben, sind insolvent gegangen. Und als Folge mussten diese Implantate entfernt werden. Das klingt jetzt nicht so schlimm, wenn es irgendwie so ein Hörimplantat ist oder sowas. Ja, dann gehst du einfach zu einer anderen Firma. Und plötzlich was Neues einbauen und die Sache ist geritzt. Ja, ist doof, aber ist jetzt kein Weltzusammenbruch. Und da war es aber ein Implantat, was zum Beispiel bei einer Frau eingesetzt wurde, die seit Kindesalter schon starke Epilepsie hat. Und das Implantat hat ihr geholfen, dass sie ihr Leben in den Griff kriegt. Also sie hat dann wieder Auto fahren können, konnte Freunde besuchen, konnte ihr Leben planen, was vorher überhaupt nicht möglich war. Ja. Und sie hat gesagt, sie ist mit diesem Implantat verwachsen. Das hat aus ihr eine andere Person gemacht, bei ihrer Formulierung. Und dann ist eben diese Firmen pleite gewesen und sie musste das Implantat abgeben, also rausoperieren lassen. Wahnsinn. Und sie hat wirklich alles versucht, damit das nicht passiert. Sie hat sogar eine Hypothek aufs Haus aufnehmen wollen, um das abzukaufen. Durfte nicht. Durfte nicht. Das wirft natürlich Menschenrechtsdiskussionen auf. Also das ist jetzt die Frage, ob das so in Ordnung ist, wann man was implantiert bekommt im Hören, ob das dann einem nicht gehören kann, ob das wieder weggenommen werden kann. Solche Dinge. Weil ich meine, es geht nicht um Maschinen, es geht um Menschen und Menschenleben. Und diese Geschichte ist besonders rührend, ihr Leben war schwierig, wurde leichter und ist jetzt wieder schwierig. Noch schwieriger als vorher wahrscheinlich. Weil sie weiß, wie es hätte anders sein können. Und jetzt hat sie noch zusätzlich das Trauma durch die Entfernung. Also sie hat wirklich, sie fängt immer wieder an, wenn sie von dem, fängt an zu weinen, wenn sie von diesem Thema berichtet. Und das zeigt einfach, dass sie das wirklich sehr schwer hat. Also es gibt da ethisch-rechtliche Sachen da zu klären zu diesem Thema. Und falls man sich da weiter informieren möchte, ist da ein Link auf dem… Zu dieser Geschichte, wo das nochmal im Detail dargestellt wird. Haben wir noch mehr davon. Also ich fand es super interessant, das zu lesen. Ja. Dann kommen wir mal zu erfreulicheren Sachen. Ja. Also der Johannes gibt sich sehr viel Mühe für mich, immer jede Woche was für Ikea-Nachrichten bereitzustellen. Es gibt aber im technischen Hinsicht nicht so viel, was sich bei Ikea entwickelt, so schnell. Also die sind nicht die Technik-Riesen, ja. Aber er hat trotzdem zwei nette Ideen für mich, nehme ich an. Also ich wurde da genannt. Du auch. Ich auch, ja. Ich nur nebensächlich. Also es geht hauptsächlich um dich. Von Ikea. Und es geht um zwei Projekte quasi, verlinkt. Und zwar eine digitale Lavalampe aus Ikea-Bilderrahmen, eine Anleitung, wie man das bauen kann. Aber auch ein, okay, das ist für mich schwer, ein Balkon-Hochbeet aus einem alten Ikea-Hochbett. Gut gemacht. Hochbeet aus Hochbett. Und da ist eine Anleitung und ein Link. Und leider ist es aber zwischen, also hinter so einer Sperre, wo man sich anmelden muss, muss man eine Bezahlsperre. Ja, man muss auch bezahlen. Auch noch bezahlen für die Anleitung. Das ist in dem Bereich Make von Heise Online. Das sind scheinbar so eine Community, die so Bastelprojekte teilt und die wollen für das Heft oder es gibt ja auch als gedrucktes Heft oder als digitale Ausgabe. Soll irgendwie so zwölf, dreizehn Euro kosten. Dann kriegt man diese ganzen Bastelprojekte. Ja, also es gibt aber auch, falls man noch weitere Inspirationen von Ikea haben möchte, gibt es auch Ikea-Hackers. Und das gibt es schon sehr, sehr lange. Und da sind ja alle Menschen der Ikea-Community eingeladen. Weil ich meine, wer hat es nicht gemacht, was von Ikea genommen und das ein bisschen umgeändert und für sich für einen anderen Zweck oder auch optimiert dargestellt. So eine Community irgendwie wie bei Lego, wo so Leute alles mögliche daraus bauen. Genau so ist es. Und da kann man ja auch sehen, was andere gemacht haben oder was alles möglich ist. Das ist super interessant und ist auch nicht hinter einer Bezahlsperre. Allerdings ist immer die Qualität der Anleitung und die Bilder und so unterschiedlich. Bei dieser Lavalampe und dem Hochbeet kann man einen kleinen Vorschau sehen und dann kann man entscheiden, ob man das kaufen möchte. Ja, ich habe auch nur die Vorschau angeguckt. Die Lavalampe war wirklich spannend, oder? Ja, also da kommt irgend so ein Display in den Bilderrahmen und ich finde so diese originalen Lavalampen finde ich einfach irgendwie geiler. Aber ich habe mir noch nie eine gekauft, weil die sind halt so, die fressen so viel Strom, weil die müssen ja dieses komische Zeug da drin so warm halten. Ja, aber du hast recht, ich meine, das hat einen ganz anderen Feeling. Das ist irgendwie gut, obwohl es keine Geräusche macht. Beruhigend irgendwie auch. Ich meine, ich gucke auch den ganzen Tag schon auf irgendwelche Displays. Ich will ja nicht irgendwie noch mehr Zeit vor Displays verbringen und so eine komische schwabbelige Wachskugel. Aber wenn man was basteln möchte und das vielleicht verschenken oder mit den Kindern zusammen oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie schwer das war, aber es wirft bestimmt auch ein nettes Licht. Ja, kann man sich mal anschauen. Ja, dann kommen wir mal zu einem anderen sehr technischen Thema. Oh ja, also. Contact Key Verification, die Apple jetzt scheinbar in dem neuen iOS einbaut. Ja, das musst du mir erklären, weil da sind mir die Hirnschranken runtergegangen, als ich das gelesen habe. Ich habe gedacht, oh, hoffentlich versteht Jens das. Ich habe auch nicht alles verstanden, aber was ich so rausfiltern konnte, ist, dass Leute die Beta von iOS 16.6 durchgeguckt haben. Also die üblichen Nerds, die da jeden Programmzeile scheinbar kennen und dann merken, wenn da was anders ist. Und die haben gesehen, dass da eine neue Technik eingebaut ist, die Sicherheitsschlüssel benutzt, um festzustellen, ob Nachrichten über iMessage auch tatsächlich von dem Person oder Gerät kommen, die da quasi den Apple-ID-Account hat. Okay. Es soll verhindern, dass jemand den Apple-Account oder die Apple-ID kappert und dann nach ihm schicken kann. Über diese Möglichkeit hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Nee, ich auch nicht, aber ich nehme an, da wird wahrscheinlich so ein Geräte-Key erzeugt, der dann dahinterlegt wird. Das heißt, wenn dein Gerät einmal verifiziert ist. Dann ist sie okay. Dann ist das Gerät sozusagen freigegeben und wenn du irgendwie von einem Gerät verschicken willst, was diesen Schlüssel nicht hat oder einen falschen Schlüssel, dann erkennt das. Das iMessage am anderen Ende. Okay. Und zeigt dir vielleicht an. Also entweder blockiert es direkt die Nachricht oder es zeigt dir an. Siehst du, das sind schon Lösungen für Probleme, wovon ich gar nicht wusste. Ja gut, ich meine, Apple hat mehr im Blick, wie oft da Unsinn getrieben wird und offensichtlich scheinen sie das nötig zu halten. Ja, aber weißt du, kannst du dich daran erinnern, und das geht jetzt hier um den nächsten Bericht. Erinnerst du dich noch an mein Fotostream? Ich habe es nie benutzt. Ich auch nicht. Und jetzt wissen wir, dass es scheinbar niemand sonst gemacht hat. Ich wette, sobald das abgestellt wird, also irgendwie demnächst soll mein Fotostream-Funktion abgeschaltet werden. Gibt es garantiert irgendwie drei Leute, die sich fürchterlich beschweren, weil das ihr ganzes Leben darauf basiert. Die haben das so intensiv genutzt, da gibt es drei Power-User in ganzer Nordamerika und die sind jetzt am Arsch. Das ist bei allen Funktionen so, wenn irgendwas abgeschaltet wird, gibt es immer Aufschrei. Also, nach zwölf Jahren mein Fotostream-Funktion bei iCloud wird es 26. Juli 2023 zu Ende gehen. Aber die Alternative ist einfach, die iCloud-Fotomediathek anzuschalten und dann hat man die ganzen Nachrichten, die ganzen Videos und Fotos auch auf allen Geräten. Ja, aber manche haben das geteilt mit anderen und so weiter. Aber du konntest den Fotostrip mit anderen teilen? Ja, du konntest. Und dann waren alle deine Fotos da? Nee, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe es nie benutzt. Ich weiß es nicht. Das sind bestimmt Sachen passiert. So mit der Oma und keine Ahnung. Oder mit deiner Frau geteilt und dann, ich glaube, ich habe da mal Geschichten gelesen, dann wurde irgendwie von der Freundin ein Foto gemacht und das dann daheim irgendwie auf dem Fernseher rausgefloppt oder so. Oh Gott, im Grunde. Das kam. Im Gottes Willen. Also ich weiß es jetzt nicht, was mein Fotostream halt für einen Sinn gemacht hat und warum das. Aber ich habe es nie benutzt, du hast nie benutzt. Nee. Also hoffentlich sind wir alle nicht so betroffen von dieser Sache. Man muss sich aber verabschieden können. Und das passiert nun mit meinem Fotostream ab dem 26. Juli. Bye-bye. Goodbye. Uh, Gerüchte. Gerüchte, Gerüchte, ja. Von der WWDC 23 Keynote am Montag. Du, wir haben viel zu tun die nächste Zeit, oder? Ja, ich glaube, es gibt einen extra Podcast über WWDC Teil 1, Teil 2. Wer weiß. Also ich glaube, wir haben, ob das extra Podcast geben muss. Ich weiß nicht, wir sind so ein bisschen am Limit mit Podcasting. Aber auf jeden Fall kann man dann halt die nehmen statt die Nachrichten oder so. Mal gucken. Aber es gibt viel zu berichten und dann können wir ja endlich mal wissen, ob die Gerüchte nur Gerüchte und Vermutungen waren oder ob die wirklich so wahr geworden sind. Was man jetzt gehört hat, war das, also der Marc Görmann. Ja, der immer. Berichtet, dass das wahrscheinlich eine der längsten Keynotes mit über zwei Stunden Länge werden wird, weil so viel vorzustellen ist. Meine Güte. In MacRumance konnte man lesen, dass die Mixed Reality Brille, die dann kommen wird, die bislang komplizierteste Hardwarekonstruktion von Apple darstellt. Das wird was heißen. Ja, ich glaube, so ein iPhone ist jetzt auch nicht so super easy, ne? So eine Konstruktion. Guck mal hier, ich liste das mal kurz auf. Gebogenes Glas, eine Aluminium-Einfassung, ein gebogenes Motherboard und Brillenglas-Einsätze mit magnetischer Halterung. Ah ja, also am meisten Eindrucken finde ich gebogenes Motherboard. Das klang Hardwarekonstruktion. Den Rest kann ich mir noch vorstellen, aber… Ja, also was war das mit dem Beatsheber-Mitbegründer Jaroslav Beck? Wie? Ja, hier steht's. Im Developer-Blog heißt es Code New Worlds, programmiere neue Welten. Also twitterte der Beatsheber-Mitbegründer Jaroslav Beck ein bisschen kryptisch. Oh. Oh, das klingt wie Beatsheber auf… Mixed Reality. Ja. Und das ist natürlich nochmal ein Next Level. Also ich glaube, das Beatsheber ist ja eins von den am besten laufenden Spielen auf der Quest. Und weil das einfach super toll ist, selbst für totale Spielmuffis wie ich. Also das wird wahrscheinlich auch in Verbindung mit Apple Music dann das… Super Hammer. Super Geld, die Geldmaschine für Apple sein. Nein, weil du kannst dir dann jedes Lied vielleicht kaufen, oder? Wenn sie nett sind, machen sie vielleicht jedes Lied von Apple Music ist automatisch drin. Also für Leute, die noch nicht Beatsheber gespielt haben, Beatsheber, das ist ein Ding für alle Altersgruppen. Du musst eine große Frusttoleranz haben am Anfang, weil man ist absolut überfordert am Anfang. Aber es ist eine Mischung aus Auge-Hand-Koordination, ein bisschen Tanz, ein bisschen gute Musik und auch total viel Spaß. Also es kommen von vorne Blöcke mit verschiedenen Farben geflogen und man hat in der linken und rechten Hand zwei unterschiedlich farbige Laserschwerter, was allein schon total cool aussieht. Und dann zerschlägt man diese Blöcke im Takt der Musik quasi. Ja, und die kommen unterschiedlich schnell. Das macht einfach wahnsinnig Spaß. Ja, und es macht auch Spaß für die Menschen, die das zuschauen, wie die anderen da einfach nur tänzeln im Wohnzimmer. Ja, das stimmt. In der Brille kommt man sich total cool vor und wenn man von draußen guckt, sieht man total behämmert aus. Also jedenfalls coole Sachen. Ja, ich freue mich schon. Ja. Wird gut. Das wird gut. So, das nächste Thema, das geht um Apple-Lisa-Computer. Es ist nicht nur, das ist nicht das nächste Thema, das ist das letzte Thema. Das letzte Thema. Ja, dann sind wir durch. Stimmt. Und es ist wirklich ein Thema, wovon ich vorher nichts wusste. Also ich habe gehört, dass es einen Computer gab, Apple-Lisa, weil ich das in der einen Biografie von Steve Jobs gelesen habe und da zufällig heißt seine eine Tochter ja auch Lisa. Aber ich habe den Film, also es gibt da einen Film von The Verge und der heißt Apple's Secret Brille. Ja, also die Lisa war die Vorreiter oder die Mitbewerberin von der ersten Macintosh und die war, ja, die war ein Konkurrenzteil für IBM mit diesen Personal Computers und die sah ganz anders aus, war ganz toll. Aber ja, die haben die jetzt begraben, diese Geschichte von der ersten Personal Computer haben die wirklich, hat der Steve Jobs absichtlich gelöscht quasi die Existenz. Die haben inklusive alle Computer, die sie noch hatten. Steve Jobs hat das. Steve Jobs hat das zerstört, das Produkt. Ich will nicht zu viel verraten, aber wir sagen, der war nachtragend. Er hat an dem Projekt gearbeitet und das ist nicht so gut ausgegangen und er musste von dem Projekt auf ein anderes und da war er dann unglücklich darüber. Und dann hat er natürlich seine ganze Energie, andere Dinge gewidmet und das andere musste sterben. Aber ihr könnt es mal schauen, das ist superinteressanter, das ist nicht lange, 30 Minuten ist das Video von The Verge und es ist interessant und es ist wie immer, die Firmengeschichte von Apple hat so eine Magie einfach. Ja, hohen Tiefs, ne? Ja, das war so eine super Zeit. Alleine, mir war das gar nicht klar, dass das alles in den 70ern stattgefunden hat eigentlich, ne? Also für mich ist die Marke, ja, die Marke eine voll moderne Marke und dann siehst du die alle mit ihren so leichten Schlaghosen und so und Hippie-Ausstattung bei diese großen Messen und so. Und du denkst, ja, das ist ja 77, da war ich ja fünf Jahre alt. Das ist schon crazy. Ja, schon interessant. Ich habe den Film noch nicht geguckt, aus Zeitmangel. Ja, es ist interessant, es ist gut, es ist schnell zu gucken und wie immer spannende Einblicke. Und dann lernt ihr auch die geheime große Schwester von der Macintosh. Gut. Kennen. Ich vergesse immer die Wörter am Ende. Dann lernt ihr sie kennen. Ich habe schon zu Johannes gesagt, wenn ich nachher den Podcast durchhöre, dann klinge ich immer wie Pete Klock, weil ich fange Satz an und dann mitten im Satz rede ich dann was anderes oder ich höre auf. Aber gut. Ja, wir sind auch sehr kritisch uns selbst gegenüber, nachdem man das durchhört. Und wir sind ja alles außer Profis. Ja, und heute war wirklich, muss man dazu sagen, das war wirklich eine besondere Herausforderung, weil wir hatten das Gefühl, das war der erste Podcast, wo es richtig geflutscht hat. Es war richtig gut. Und dann muss man feststellen, dass man nichts aufgenommen hat. Das tut weh. Profis gucken wahrscheinlich, bevor sie starten, nochmal auf den Knopf, ob der rot leuchtet und aufnimmt. Und nicht Profis leiden, machen Fehler und leiden. Der Fehler war, damit ihr was draus lernt, ich habe die SD-Karte nicht in dem Aufnahmekriten gehabt. Ja, ja. Das hat keinen Alarmton gemacht, das finde ich total schlimm. Das musst du auch sagen. Nein, nein, nein. Es muss blinken. Achtung, Achtung, Achtung. Aber wir haben versucht, nicht zu traurig zu sein. Ja. Und haben weitergemacht. Haben es mit Humor genommen und wir haben es jetzt bis zum Ende geschafft. Ja. Und ihr auch. Ja, wir haben auch ein bisschen hier Information am Ende, oder? So ein bisschen über wie es geht und so weiter. Ja, wir haben überlegt, dass wir den Surfload-Podcast ein bisschen anders machen, weil… Bisschen angekündigt haben wir das jetzt bei den App-Infos, aber… Also wir sind ehrlich gesagt ein bisschen im Stress, weil wir ja jede Woche die Nudes machen müssen. Und dann kann man nicht irgendwie vorproduzieren, falls man mal in den Urlaub fährt oder so. Ja, insgesamt die Blog-Posts und das alles ist eigentlich, inklusive die Nachrichten, dann ist es alles frühestens am Donnerstag fertig. Und dann wollen wir den Podcast machen und auch noch bereitstellen gleich Samstag früh. Und wenn Dinge schieflaufen, wie heute war ganz kompliziert. Ja. Und dann kommen wir ganz schön ins Strudeln, das macht ein bisschen Stress. Das macht eigentlich ab Mittwoch schon Stress, weil wir wissen, dass das kommt. Also ich finde es auch ein bisschen schade so, dass man die Zeit für interessante Themen, jetzt zum Beispiel dieser Apple-Lisa-Film, hätte ich jetzt gerne geguckt und ein bisschen mehr darüber erzählt oder so. Ja. Da fehlt die Zeit dann. Absolut. Aber man muss es sich einlesen über diese komische Bundeskartellamt-Geschichte, die mich jetzt irgendwie null interessiert. Wo wir auch nicht viel zu erzählen haben. Ja, also ich denke vielleicht, wann es für euch in Ordnung ist, würden wir gerne ein neues Konzept mal ausprobieren. Und gucken, ob wir mehr ein bisschen in die Tiefe gehen können mit weniger Themen. Ja. Und euch mal ein bisschen über Dinge, die nicht nur einfach nur im Blog stehen, so intensiv. Ja, das kann man ja auch alles im Blog nachlesen, ne? Ja. Gut. Ja. Wir probieren das mal aus. Lasst uns mal einen Kommentar da, wenn ihr Lust habt und sagt uns, was ihr denkt. Ob ihr dann enttäuscht seid. Ja. Oder ob ihr das gut findet. Oder ob ihr das gut findet oder ob euch das alles wurscht ist und ihr uns einfach nur reden hören wollt. Ja. Vielleicht sind wir euer Einschlafprogramm. Ich glaube, wir lachen dann immer zu laut. Das kriegt dann beim Einschlafen wieder raus. Ja. Na gut. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ja. Und ihr habt es auch geschafft und könnt jetzt ins Wochenende. Ja, wir wünschen ein schönes Wochenende. Ja. Wir sehen uns dann Montag vor der Blümmerkiste, wenn die Apple Keynote kommt. Ja, eigentlich sollten wir so ein Livestream machen. Ein Livestream. Aber wir kriegen das wahrscheinlich nicht hin. Wie wir da sitzen mit. Popcorn und Hunde. Ja, okay. Ja, dann schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. 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 so